also zumindest für die metallteile können wir die drei steine ja ich finde die röhren cool okay pass mal auf ich lass mal ganz viel scheiß hier und zwar meine ganzen blöcke und keine ahnung was und ich gehe mal kurz was holen und komme gleich wieder was ich holen werde irgendwie haben wir hier komisch gebaut egal wie ich mache man kriegt es nicht wirklich gebacken das war keine abgesehen davon ja einfach nur eine fläche ausgehoben das ist egal wir haben ja auch kein strom abmessgerät oder so sondern wir haben einfach nur gebaut ich gehe mal zurück schon wieder nachts also ihr habt das probiert mit zwei drei und vier und fünf ich gehe uns erstens betten holen zweitens was wollte ich zweitens karpenters blöcke wollte ich holen also wenn ihr jetzt sagt ihr braucht es gerne noch keine ahnung einen block in eine richtung anders dann machen wir das aber hier ist eigentlich alles richtig also nein hier ist ein versatz drin guck mal das ist weil du die wand ausgehoben hast ne aber der versatz ist ja in ordnung ihr habt ja hier die außen angesetzt oder drüben auch was ihr habt die drüben auch außen angesetzt oder in der mitte sind außen ja ja gut ja dann ist das okay naja ne aber hier passt es dann nicht dann muss ich es anders machen setzen wir an mit vier lücke und dann sagst du einfach wieviel die die fabrik noch in eine richtung verschieben müssen genau wir können auch innen einfach noch die wand um eins nach innen oder nach außen verschieben ist doch egal also im prinzip sind ja innen sowieso räume das heißt man sieht sowieso nicht wo die wand ist oder drin des fabrikgedöns oder so da wird keiner die wand abmessen wir können ja hier auf die seite dann auch einfach wirklich so zuläufe oder so machen dann ist die halt eins breiter ist ja egal ja so kanal kanal kanalisationssystem abwassersystem das heißt jetzt wo muss die wand hinten dann oder es sind jetzt überall vier dazwischen ok und wo hast du angefangen ja hier auch keiner von euch stirbt jetzt ich habe nämlich eure betten also wenn man es mal so sieht müsste das ding jetzt um eins nach innen gerückt werden entweder eins nach innen oder drei nach außen ja dann drei nach außen lieber wir haben da hinten so viel platz und dann machen wir es lieber ein bisschen größer also müsste es quasi hier die ecke sein das hier alles um drei weiter nach und jetzt ist die frage ähm muss das jetzt dann bis hier ausgehoben werden also warte kurz ja unten wie unten ist es ist ja völlig egal wir müssen das nur hier oben haben wir müssen das ja nur hier oben haben und zwar auf der höhe wo das holz hier anfängt wo soll ich euch ein loch machen wo soll ich euch ein loch machen da müsste eigentlich der außenpfeiler sein der außenpfeiler also quasi müssen wir noch trotzdem noch eins weiter gehen ok doch der hier der eckpfeiler müsste an dem an der es sind jetzt überall vier dazwischen euer eckpfeiler beginnt quasi hier drauf und wir müssen noch so weit gehen weil wir ja außen eins weiter sind so kenners ich bringe jetzt eure betten mit und ich bringe außerdem holz mit carpenters zeug und so weiter und so fort du bist sehr traumhaft ja ich weiß was machst du denn da jetzt hier wir müssen ja jetzt noch runter wieso ihr müsst doch ohne gar nicht vergrößern doch wir vergrößern den raum und natürlich mit na gut dann macht das das geht ja gar nicht klar sonst na das sind das sind die leute die stört das auch wenn so eine freie stelle irgendwo noch frei ist im weisen hier im boden oder so wenn ein half slabs statt ganzen blöcken benutzt und da ist und drunter luft das geht immer gar nicht also einzige was ich nicht mag ist die die typische schummlerische grunk bauweise die gefällt mir nicht weiß nicht wie der baut er baut drei hoch und er macht einfach nur einen dort eine dort eben darüber wenn er da ein feld bauen will das nervt und da drunter sind höhlen und monster und alles gedöhnt gedöhnt und gezeugt das heißt hier muss jetzt alles weg das ganze holz so wo kommt unsere betten fronte so macht die dann bei ex wenn ich diesen pfeil abreißen hat ja alles ab dreimal drei macht die dann weil es selbst gesetzt hast das doch jetzt muss diese einfach schlafen die müssen ja dann auch weiter nach außen mit der gesamten wand hier hinten schlafen schlafen da hinten ok ich hab auch neues essen mitgebracht weil blaze eben halt der hat hunger jetzt bin ich schon zu hause ja hättest du was gesagt du hast gerade vorher nichts von essen gesagt komm komm mal einer noch mit schlafen dann sind wir glaube ich genug für morpheus to work hinter der fabrik hier oben ich habe gar keine musik an ich auch nicht aber noch so viele leute blöd wäre unsere ersten beiden folgen ohne musik jetzt geht ja sie rettet den tag ja ich kann nicht raus wenn sie voll screen ist er schafft den tag ja er schafft den tag so pass mal auf ich mache jetzt mit den carpenters blogs etwas das ist gonna be amazing mit der tür amazing amazing aber richtig wie möchte in die anderen verschieben du setzt die dann ist die tür aber nicht mehr am randen das ist ja die tür ist immer noch am rand aber nicht so weit am rand ist aber egal die tür muss ja nicht mittig sein dementsprechend ja nein die soll ja auch nicht mittig sein wenn ich das richtig verstanden habe weiß ich höre nein die soll nicht mittig sein also muss nicht also kann ruhig sollte nicht weil sie doof aus aber wenn irgendwer meckert dann bist du auch bereit selber bauen durch deine prinzipien nein dann wird geprügelt das server geht sich gerade selbst ich brauche gerade zum sieben an welchen stein hat er ist halt ein hartnäckiger stein jetzt jetzt erst jetzt erst jetzt ist es ein klostein da muss sein den klostein fest du solltest gleich keinen schritt mehr zurück machen sebi sonst ich weiß ich sehe das ich bin ich bin da noch ein bisschen was 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 hast du gesagt ich habe irgendwas habe ich gerade verstanden was ganz komisches ich habe gesagt profi trottel was hast du denn verstanden müssen wir jetzt okay ja dann habe ich dann habe ich es richtig verstanden ich bin dafür wir machen auf die tür ein großes haar mit irgendwelchen blöcken warum jetzt ein haar also eine für hose für den bunker nein aber jetzt mal ganz ohne ohne flachs für die fabrik hatten wir schon namensvorschläge und zwei die ich gelesen hatte und da müssen noch eins weiter rein copper city was jetzt bedingt sinn macht und irgendwas mit copper gear ich glaube was mit copper ist vielleicht keine schlechte idee wenn wir da irgendwie was nehmen ja copper ist ja grundsätzlich sehr passend bei mir ist es mir ist es ziemlich koppagal vom himmel hat ja gut sehr gut aus auf jeden Fall wie du gerade geflogen bist ja ich habe etwas so als wie wie alle leute sich werden durch mich durch teleportieren nur minimal irritierend das ist gewöhnt man sich dran wir teleportieren auch gar nicht fast wahrscheinlich wegen lag einfach ja ja klar das ist normalerweise ist auch nicht so schlimm also heute ist echt party angesagt vielleicht passen sie oder passt sich unsere server im moment gerade den twitch server an die waren heute nämlich komplett down alles ich habe da mag noch mal jemand auf die tür gehen ich habe da irgendwie so ein so ein so ein das ist immer vier lücke ja 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 emblem auf die tür gemacht also auf der langen seite zu mir an und auf der kurzen ist was ich warte einfach bis jetzt weiß ich nicht was wir da hatten drei glaube ich oder oder sind es auch vier wir können andere blöcke oder sonst was nur ich dachte da muss irgendwas auch hier vier hier frei ja ja und beim fünften der block muss erst mal recken bevor ich da wieder runter springen das hammer gucken wir den ameisen da unten mal zu diesen fleißig am arbeit ein traum sie wie guck dir mal die türen an in der tür ich stecke mich gerade hoch ich stecke mich gerade hoch dauert zwar immer 20 sekunden bis sie aufgeht aber awesome die tür ist ein meisterwerk dann nächstes projekt oder ich liebe kapitas blöcke einfach so sehr weil so sieht das nicht so daneben aus als wäre hier einfach ein loch drin oder irgendwelche anderen blöcke oder eine richtige tür die krabbeln wir nicht auf so ja das ist das leckt ein bisschen können wir wieder das ist nicht schon mal hinterher also ist wieder da die tür ist ja ich finde die tür awesome jetzt müssen wir halt nur noch die tür diese heftig schwere metalltür irgendwie in das holzgewölbe anpassen hier riecht was tschuldigung pfui die brauchen mir so ein quietsch wenn die auf geht auch so ja das also wenn wir pistronix oder ugocraft mit rein machen können wir sogar machen dass die tür auf geht geht nicht ok dann pistronix ist nicht mehr in der forge library verfügbar dann pistronix ich weiß ja auch nicht warum aber es ist fakt vielleicht einfach weil das eine mega schrottige performance hatte der mod ja hat er auch gehabt aber ist halt auch den server sobald es falsch machst mega übel crashen ist schon ein bisschen geil 1 2 sag ich doch erst sagt er mir hier eigentlich stinkt oder so und dann sagen wir es schon ja gut aber ich habe ja auch gehört was du gesagt hast du noch nicht so ganz gesehen das sieht ja sehr schick aus hast wunderbar gemacht soll ich oben die tür noch abrunden ne abrunden geht nicht du kriegst ein bienchen ins muttiheft ok ok ja nö klar läuft zusammen mit meinem tittenfisch tittenfisch was ich hab da einen tittenfischstempel drin bis jetzt tittenfisch ja so ja dann können wir ja jetzt mal ruf das geländer ein und so können wir jetzt geländer einruppen hier was wir hier gebaut haben das kann man aber glaube ich auch von unten ja ich krieg die Holzböcke nicht abgebaut hier oben ja geht mir doch gar nicht aber erstellen wir nicht mehr so neue Welten oder sowas ist ja einfach ah das ist ja gut aus das ist ja gut aus ich dachte gerade warum fahr ich so langsam oh shit bin einmal runtergefallen der ist gestorben ey das ist ganz schön hoch das Ding er ist ja auch noch nicht fertig das sieht von hier drin auch schon episch aus es sieht auf jeden Fall groß aus was dann übertreiben wir nie oder übernehmen uns nie nein nein also ich würde auch oben noch gerne einen Stockwerk draufsetzen was noch ein bisschen größer ist ja kommt doch oder nicht ja wenn man dann wo noch mal so 30 Vöcke drauf ist so eine Kuppel wo wir den Zeppelin drin parken ja geil ja aber erst noch drei Stockwerke danach die Kuppel ja können wir den Zeppelin Hindenburg nennen damit wir ihn hinterher abfackeln können oh ja da gibt es doch auch so einen Gas-Mod oder Glance Gases ja würde ich aber nicht machen hat man hier immer noch Blähungen oder wie nicht performant nennen wir es einfach nicht performant ist das das wo das Gas sich auch entzünden kann und ähm das ist das wo du wenn du Kohle abbaust ja ja das ist gut das ist sehr gut das mag ich oh Moment wir dürfen hier nicht so weit gehen ansonsten versetzen wir die zu weit hier hinten muss ja nichts mehr also uns hier oben ist egal wie hier oben die Wände versetzt wir sind jetzt hier in unserer eigenen ist es mir schon klar dass euch das egal ist uns ist aber nicht egal dass euch das egal ist äh die Außen hättest du nicht abtragen müssen echt nicht? da kommen die Wände drauf yay vollbrainig siehst du passt hier perfekt rein das wären da zwei Tore Hose oder? was? wären das nur zwei oder? oder was machst du da gerade? es wird ein Tor das hier wird das Rohr ach so nur mal vorbauen also es muss nicht so dann aussehen letztendlich ich wills nur mal wenn ich überlege jetzt ob wir hier quasi ähm das Tor mit Holz auch noch abschließen ne? äh also an den Seiten rechts und links meine ich jetzt und dann halt äh hier weiter gehen ne? können wir schon machen ja 3 4 das wäre quasi beim fünften 1 2 4 5 2 also momentan hat es noch was äh Ansätze von einem griechischen Tempel durch die Säulen oben ja ja klar aber ich meine das sind ja keine Säulen ich glaube jeder hat mal mit diesen Säulen angefangen der ja so ein Gebäude gebaut hat oder so daher passt das schon noch denke ich ich find das auch ich find auch das sieht alles noch das sieht sehr gut aus bis jetzt ich find das auch richtig dass die alle um den Baum rum rennen hier und dass den keiner abhört weil der muss da stehen irgendwie der gehört da hin natürlich der hat sich da durchgekämpft die Natur findet einen Weg und der mutiert hier schon oder so der hat schön Birkenblätter hier doch nicht ne? der ist jetzt schon der hat sich schon einmal mutiert innen können wir das nicht machen hier wir haben schon kurz wir willst ja dann was auch Lava rauslaufen lassen das können wir uns überlegen wir können auch Moulton Glass oder Moulton Emerald oder irgendwas durchlaufen lassen aus welchem Material machen wir die Wände ich würde das zu groß ne ist das eigentlich groß genug ne? das ist schon gut so ja ich würde die Wände aus einem Mix aus deinen Türmaterialien außen machen aber ich würde das dann auch ein bisschen noch weiter vorstehen also mindestens mal bis hier würde ich sagen was? ja ja klar das war jetzt nur erstmal ein grober Stänzel ja 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 misch der Hose ja bitte kannst du mir mal von den von den goldenen Blöcken mit der Textur da drin welche runterschmeißen so zwei Stacks ich hab voll die gute Idee von welchen? ah ja ich weiß welche du meinst glaube ich ähm goldenen mit der Textur drin quasi die ja genau ja das kannst du ja auch selber chisseln weil das ist alles der gleiche ich baue mir hier gerade mal ne Treppe Cobblestone aus Cobblestone so jetzt haben wir da genau 10 dazwischen ne? ja wo haben wir genau 10 dazwischen ja wo haben wir genau 10 dazwischen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hm ja so kann ich mich Mario nennen? weil ich bin ja jetzt Rohrbauer offensichtlich klingt doch als du willst auf dem Rohr gehen solange du nicht auf mir reiten willst nur weil ich Yoshi bin äh ne perché ich